Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute einen Menschen einladen dürfen, der eine Plattform gebaut hat. Und da hört man von allen Seiten, man soll sich unbedingt mal auf dieser Plattform herumtummeln. Es heisst Pangera. Was sich genau hinter Pangera befindet, das möchte ich heute zum Thema machen. Und darf ganz herzlich meinen Gast begrüßen, Andreas Bernknecht. Herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Lieber Andreas, erzähl mal etwas über Pangera. Warum hast du das gebaut? Was ist da drin zu finden? Warum ist das eine Plattform, wo der Zuschauer auch dran kleben muss? Jetzt. Das vielleicht als erst. Warum soll er jetzt die Sendung schauen? Für die Menschen, die es mögen, vernetzt zu sein. Für die Menschen, die es mögen, sich in Sicherheit zu fühlen. Willkommen zu sein. Menschen, die sagen können, ich möchte eine friedliche Zukunft haben. Ich möchte ein freies Leben haben. Ich möchte einen Sinn im Leben haben. Genau dafür haben wir das gemacht. Für die Menschen. Und nicht in der Theorie, sondern in der praktischen Umsetzung, wirklich vor Ort, bei den Menschen. Und das, glaube ich, macht auch das Projekt aus. Danke. Dann stürzen wir jetzt mal in das Pangera rein. Das ist eine Plattform, wurde mir gesagt, wo ganz viele Unternehmer sich vernetzt haben, oder? Es ist noch ein bisschen anders. Es ist so, Unternehmer sind natürlich drin. Letztendlich geht es um den einzelnen Menschen. Und entstanden ist das, ich hatte einen Online-Kurs gemacht, da ging es um Willenskraft. Weil ich hatte so ein, das ist entstanden über eine eigene Erfahrung. Und bei mir ist es so, ich habe eine sehr ausgeprägte Willenskraft, auch Durchsetzungskraft. Also wenn ein Problem auftritt, mache ich es erst recht. Aber das haben viele Menschen nicht. Und dadurch ist ein Kurs entstanden, und den haben mittlerweile über 7000 Menschen absolviert. Und wir hatten das gemacht, das war in der Zeit, wo diese seltsame Situation draußen war, wo sie die Menschen eingesperrt haben. Da habe ich kürzlich einen Namen gehört, diese Mikrobenhangangst. Fand ich, das darf man sagen. Ja, genau. Und da war das so, da hatten wir einen Online-Kurs, und wir hatten dort live 1500 Menschen jeden Abend drin. Wow. Das war total spannend. Und man merkt das ja auch über so einen Chat, was da los ist für Energie, was da für Feedbacks kommen, das kann man auch fühlen und spüren. Und dann war das bei mir so, dass ich mir gesagt habe, 1500 Menschen, die da live sitzen, die alleine vom PC sitzen, die schauen da rein, sind begeistert, alles das. Da habe ich gedacht, wenn die jetzt wüssten, wo die anderen alle sitzen, das wäre genial. Und dann hatten wir tatsächlich am letzten Tag das umgesetzt. Wir haben dann auf so eine Art, wie so eine Karte mit Fähnchen, alle Menschen waren da eingetragen. Und das hatte ich dann Freitagabends, als wir das gemacht haben, habe ich das kurz erklärt, habe so eine Übung gemacht, sich mal auf die anderen einzustimmen, und dann habe ich die Karte gezeigt. Und dann war das so, als würde so die Luft brennen. Da ist der Chat in diesem Webinar, der ist gelaufen, da war ein Herzchen drin, danke. Und dann kam so die Erkenntnis, ich sitze zwar hier, aber die anderen sind ja in dem Moment auch da. Und das war so ein unglaubliches Gefühl von Verbundenheit. Und dann konnten die Menschen da noch Kontakt zueinander aufnehmen, im Nachbarort, alles das. Und dadurch sind auch so die Gruppen entstanden. Und das war so die Geburtsstunde, das grösser zu machen. Also genau das Thema, sich wieder zu vernetzen, weil dann kamen die Feedbacks, ich dachte schon, mein Denken ist nicht richtig. Wo sind die Gleichgesinnten, die auch anders leben wollen? Und dadurch ist im Prinzip Pangera entstanden. Das war so die Geburtsstunde. Wo steht heute Pangera? Was ist da drin alles möglich? Weil ich dachte eigentlich jetzt auch gerade, das müsste etwas sein, wo man den Direkthandel wieder pflegt. Nicht über den Großhandel, sondern wirklich alles direkt. Genau, das ist dann so der nächste Schritt. Das heißt, wir haben dann begonnen, das sind jetzt anderthalb Jahre Arbeit gewesen, Aufbauarbeit, dass das so ist, dass wir quasi eine Online-Welt haben. Das heißt, da treffen sich Menschen, da gibt es einen Austausch drin, da kann man mit anderen in Kontakt treten. Und wir haben dann einen Bereich, das nennen wir Erlebniswelten. Das ist in diesem Pangera drin. Und das ist quasi eine Plattform für Experten, die bestimmte Themen anbieten, alternative Medizin, interessante Produkte. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen sogenannten Marketplace. Und der Marketplace ist das, wo man sagt, ich habe ein tolles Produkt und das hat einen Mehrwert für Menschen oder ich habe bestimmte Lebensmittel, die sehr gut sind oder ich produziere diese oder jene, ich habe eine Dienstleistung. Und wir vernetzen quasi den, der etwas im Angebot hat, mit dem, der einen Bedarf hat. Und zwar ohne Zwischenhandel. Und das ist so ein Teil davon. Und das Ganze haben wir jetzt und sogar noch auf die Handlungsebene vor Ort gebracht. Das heißt, wir haben reale Vor-Ort-Projekte, wo wir das umsetzen, bis auf die Ebene runter des Landwirtes, denen wir wieder helfen, in die Freiheit zu kommen, den wir unterstützen durch die Projekte, durch Crowdfunding, solche Dinge. Also das alles ist Pangera schon, diese echte Begegnung von Menschen wieder innovativ und natürlich eins, das ist so meine Bestimmung, diesen Spirit der neuen Zeit schon reinzubringen. Das heißt, nicht mehr in Konkurrenz zu gehen, sondern wir sagen können, wie kann man sich gegenseitig fördern? Das ist das Prinzip Pangera. Ich fasse zusammen. Also es gibt eine Plattform, um Kommunikation zu machen, untereinander. Dann gibt es die Themenwelten. Und dann gibt es eigentlich den Marktplatz. Ja. Und dann habt ihr Sonderprojekte. Im Prinzip wird das in jeder Region entstehen, im deutschsprachigen Raum zunächst. Das heißt, reale Treffen vor Ort, die dann zum Beispiel einmal in der Woche stattfinden, wo Menschen sich treffen, informieren können. Und dann haben die alle Möglichkeiten und sagen können, gefällt mir nicht, ich gehe wieder nach Hause oder sagen, spricht mich total an. Und wir haben eine so unglaubliche Resonanz von Menschen, die sich bei uns melden, die mitmachen wollen, die aktiv werden wollen, Journalisten, die sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Dieses vorgegebene, wirklich Geschwätz, was mir dann gesagt wird, ich kann das nicht nach außen tragen. Ich kann da nicht hinterstehen, aber ich liebe diesen Beruf. Und die wollen wieder berichten, so wie es für die Menschen gut ist. Die wollen die Wahrheit nach außen tragen. Und alles, das formt sich da gerade zusammen. Und das wie gesagt, online und vor Ort im Austauschen. Die Dinge sind miteinander vernetzt. Ich glaube, jetzt haben wir so einen Rundumriss gehabt, aber jetzt steigen wir mal einfach mal in das Thema eins rein, Kommunikation. Also wenn ich jetzt einsteige unter der Plattform Pangerra, kann ich die, wie heißt die Kommunikation? Plattform oder wie heißt die, der Abschnitt, wo ich dann mit anderen Menschen mich austausche? Das ist so der Community-Bereich. Community, ja. Okay. Und über welche Themen? Mache ich ein Thema auf und sage, ich möchte mit jemandem reden über Thema XY und dann locken sich die Leute ein? Man kann sich das ähnlich vorstellen wie bei Facebook. Da ist so ein Informationsstrom, da kann ich nicht einklinken. Und das lebt natürlich von den Menschen, die da drin sind. Und was entscheidend ist, es gibt im Prinzip alle Lebensthemen sind drin. Was aber anders ist, und da werde ich auch viel gefragt, ich mache ja da mittlerweile schon, wir haben das ja schon getestet, also es läuft ja alles schon. Und was für die Menschen so neu ist, die sagen, ja, aber was ist das, so eine tolle Plattform, was ist, wenn ihr zu Störenfriede kommen? Was macht ihr da? Wie wollt ihr das machen? Und da merke ich immer schon, das ist noch nicht verstanden, wo ich hin will. Und dann sage ich immer, das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, das zu machen. Ihr seid die Community. Ihr seid verantwortlich. Ihr müsst lernen, damit umzugehen. Und da gibt es zum Beispiel eine interessante Technik, wie man mit Störenfrieden umgeht. So mache ich das zum Beispiel. Habe ich von der Vera Birkenby gelebt und ich mache das ganz konsequent. Ignorieren. Ich nehme es nicht wahr. Ich kommentiere nicht. Ich argumentiere nicht. Ich rechtfertige mich nicht. Es ist so, als wäre es nicht da. Und ich stelle mir jetzt immer vor, wenn 3.000, 4.000 Menschen in so einer Community sind oder 10.000 und da kommen Störenfriede und niemand nimmt die wahr, das ist die größte Strafe. Und das ist ein neues, das ist so ein neues Bewusstsein, dass die Menschen sagen können, wir brauchen das gar nicht. Wir sind ja aus anderen Gründen, fügen wir uns zusammen. Nicht um zu zerteilen, sondern um zu vereinen. Und das ist so das, was Pandera ausmacht, diesen neuen Spirit zu leben, das neue Bewusstsein zu entwickeln. Und so kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es natürlich eins, wir haben ja dort verbunden mit der Expertenplattform. Das heißt, man kann dann über diese Community diese Experten kennenlernen. Da gibt es dann wirklich kostenfreien Inhalt, da gibt es dann Livestreams, da gibt es Ausschnitte aus Webinaren. Das heißt, man kann sich dort wirklich umfassend informieren und natürlich auch weiterbilden. Also das ist neu in diesen Bereichen. Und da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen, das heißt, die Gruppen, die vor Ort sind, wir haben jetzt in Kempten das Pilotprojekt, das heißt, diese Gruppe hat auch dann einen online eigenen Kanal, sodass die Menschen aus der Region natürlich Pangera komplett nutzen können oder in der Online-Gruppe Allgäu zum Beispiel drin sind. Also diese Gruppe Kemptal zum Beispiel ist jetzt innerhalb der Kommunikation, innerhalb der Community haben sich eine eigene Gruppe eröffnet. Und dann sind die alle da drin und können sich miteinander austauschen. Genau. Und da ist eins, da ist natürlich dann der Informationsfluss drin, das heißt, Projekte vor Ort, die dort dokumentiert werden, wo es Interviews gibt, wo es Beiträge gibt, das heißt, jeder ist dann auf dem Laufenden, was vor Ort wirklich passiert, wo es Neuigkeiten gibt, wann Treffen sind, wenn zum Beispiel irgendein neues Projekt dazukommt, wenn ein Aufruf ist für Mitwirken, alles das, das funktioniert dann alles über den Online-Bereich. Eine Frage, habt ihr ein eigenes Rechenzentrum aufgebaut, um die Daten alle zu sichern, dass niemand jetzt einfach den Stecker zieht und sagt, jetzt löschen wir das mal und das und jenes, so wie ihr es halt heute kennt, Zensur, das ist alles bei euch gesichert. Genau, wir gehen da sogar noch mal andere Wege, also das heißt, das sind natürlich auch spezielle Server, die an bestimmten Orten sind, wo einfach nicht so einfach der Zugriff möglich ist und natürlich, dass wir das Redundant haben, also das wir auch natürlich dann umswitchen können, wenn böswillig jetzt versucht würde, das uns zu unterbrechen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, weil es gibt heute hochinteressante Kommunikationswege, die dezentralisiert sind, das heißt, die laufen gar nicht mehr über Server, die kann man gar nicht mehr abschalten und das sind die sogenannte dezentrale Netzwerke, die sind jetzt gerade parallel im Aufbau und da gibt es zum Beispiel Messenger, die sind noch anders aufgebaut, die funktionieren sogar ohne Internet und das kann man sich jetzt kaum vorstellen, das geht dann über Bluetooth-Kommunikation, die sich austauschen, verschlüsselte Kommunikation und es gibt keinen Server mehr, den man abschalten kann und das funktioniert, je besser, umso mehr Menschen da drin sind und so können wir also auch gewährleisten, dass im Notfall die Kommunikation aufrechterhalten wird und das ist, glaube ich, das Innovative dabei, was die Menschen auch schätzen. Ich habe ja durch 100 Fragen auch schon zum Marktplatz, aber ich möchte eigentlich in der Kommunikation drinbleiben, vorerst in dieser Sendung, wir werden dann später in den Marktplatz rübergehen. Ich frage mich immer noch, wie sich denn so eine Gruppe Kempthal zum Beispiel überhaupt bilden kann. Wenn ich jetzt eine Idee habe, dann muss ich diese Idee als Community eröffnen und dann schauen wir mal, wer sich da alles einloggt in diese Idee, sodass eigentlich an dieser Gruppe überhaupt entstehen kann? Es ist eigentlich noch viel einfacher, weil wir haben ja zusätzlich etwas gegründet, einen Verein, das ist der Bund Freier Menschen und der Verein ist dann so aufgebaut, dass jede Region vor Ort ein eigenes Gremium hat, aus den Menschen, aus der Region und dort werden quasi die Ideen eingebracht, dann gibt es einen Beschluss, welches Projekt gefördert wird und dann wird online über das Projekt berichtet, also das ist eher der Weg, dass das real vor Ort passiert und online kann sich aber jeder informieren und das ist ja der nächste Schritt, wo wir sagen können, es wird ja auch überregionalen Austausch geben, denn ich führe unglaublich viele Gespräche und es gibt so tolle Projekte in anderen Regionen und das wird ein Ziel von Pangera sein, diesen überregionalen Austausch der besten Projekte stattfinden zu lassen und diese Vereinheitlichung, diese Vernetzung, da ist eine große Kraft drin, also das ist so, das ist der Spirit von Pangera. Aber nochmals, ich werde, ich wohne jetzt im Kanton St. Gallen, das heisst, ich könnte jetzt irgendwo einer suchen, der bei euch ist, um mein Projekt vorzustellen, der prüft das und wenn es okay ist, auf seiner Seite wird er hier redaktionell berichten in die Community rein, sodass sich dann Gruppen bilden, die dieses Projekt dann miteinander starten. Genau. Und dann ist das so, dass wir das so machen, wir haben natürlich auch das auf eine gesunde Basis gestellt, das heisst, es gibt ja dann in dem Verein, gibt es Mitgliedsbeiträge, es gibt Spenden, da kommen die Menschen wirklich freiwillig auch mittlerweile, weil sie sagen können, das ist so genial, ich bin da, ich war skeptisch, ich war da, ich habe mich informiert, das ist eine Vision dahinter und dann kommen die und das heisst, wir werden dann entsprechend über diese ganzen Sachen Projekte auch ins Leben rufen, die den Menschen wieder Nutzen bringen und das Hauptthema wird aber lokal-regional sein, also die Stärke der lokalen Versorgung und Integrität. Ich meine, ich finde die Kommunikation schon mal super, das ist etwas, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, auch auf menschlicher Ebene, auch der Spiritus, du sagst immer wieder, spirituelle Vernetzung, sind so Sachen, wo er einfach nur zeitgemässig und es uns menschlich macht, auch die Leute ignorieren, die immer querschiessen, finde ich super, hatte ich auch kürzlich jemand in der Community, der hat nur geschrieben, ein anderer hat dem geschrieben, Achin, du bist ja auf der falschen Plattform mit deinen Kommentaren, dachte ich, das Herz hat mir schon wie noch reagiert. Und das Schöne ist, man braucht dann keine aufwendigen Filtersysteme, Bewertungen und sowas, nur die Menschen müssen das jetzt lernen und das geht am besten durch Vorbild sein und wenn man das mal lernt, dann kann man das auf andere Ebenen auch übertragen, wo man reinfühlt und sagt, das ist nicht wahr, ich ignoriere das. Und es gibt ja immer den Satz, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich keine Aufmerksamkeit reingebe, habe ich auch keine Energie dort. Nochmals zum Thema Kommunikation, weil noch nicht alles für mich klar ist, klar, eine Projektidee kann ich über die Kommunikation in eine Gruppe eröffnen, aber was für Gruppen werden da so gegründet, also was für Fantasien muss ich jetzt da haben, wo man, was für Gruppen, da geht es immer um Projekte, die man regional umsetzen will, wo sich Gruppen vereinigen oder gibt es da auch Gruppen, die philosophischen Austausch miteinander pflegen wollen oder was ist da so dahinter? Es sind so viele Dinge, die entwickeln sich gerade noch bei uns. Also wir machen das wirklich Learning by Doing, wir gehen hinein, gucken, ist das so in dem Sinne, können wir das besser machen und Pangerer ist erst mal eine Möglichkeit, die Informationen, die nach außen fließen aus den Projekten, wo man sich informieren kann. Parallel dazu wird eine Art Community entstehen, die dann solche Gruppen sich zusammenschließen und sagen können, wir schließen diese Gruppe dort in diesem Projekt. Da ist im Moment immer noch die Gefahr, dass sich dort Projekte zusammenschließen, die nicht so besonders positiv sind. Also da wissen wir noch nicht genau, wie wir das jetzt machen. Das wird sich entstehen, und das Interessante ist aber, dass sich jetzt gerade Menschen bei uns melden, die auf sowas spezialisiert sind. Wie baut man Sicherheit auf? Wie macht man sowas? Das ist also fantastisch, wie die Menschen kommen, die man braucht. Und deswegen, ich kann noch gar nicht alles beantworten. Es ist so ein lebendiges Projekt, das schon sehr weit ist, aber es ist noch nicht alles fertig. Es wird aber eine eigene App kommen, wo dann entsprechend auch eine geschützte Kommunikation ist und ähnlich wie Telegram, wo man sich Informationen austauschen kann. Aber im Moment ist es eine Homepage-Version, oder? Ja, genau. Das geht online, über den Server läuft das natürlich und kann man sich echt vorstellen, so ein bisschen wie Facebook von der Aufmachung her, wo ein Stream ist, Informationen fliessen da rein und dann kann man entsprechend in diese Gruppen sich einloggen und sagen können, das interessiert mich oder interessiert mich nicht und wieder ausloggen und so wird das auch so eben am Anfang sein. Es ist kostenfrei, hast du gesagt, diese Plattform Pangera zu nutzen oder muss ich mich jetzt als Verein-Mitglied irgendwo zuerst die Autorisierung holen? Grundsätzlich ist das kostenfrei. Das ist ja der Community-Bereich und dann gibt es die Erlebniswelten. Das ist natürlich sehr umfangreich, wo es zum Beispiel Pantare TV haben wir eingebunden. Das ist dieser Streaming-Dienst für hochwertige Filme. Wir kennen die zwei Gründer, da ist eine Kooperation entstanden. Das ist dann alles inklusive. Also das kostet dann Geld. Monatlich gibt es einen Beitrag und aus dem heraus finanzieren wir das ganze Projekt. Aber das ist super kostengünstig und dadurch hat man natürlich ein enormes Angebot auch an Kursen, die dabei sind, an Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Das ist alles da drin. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt schon nach dieser kurzen Zeit? Das entwickelt sich im Moment so zwischen 15.000 und 20.000. Jetzt schon. Und das ist natürlich jetzt der Beginn. Und wir haben natürlich viel Vorarbeit in den letzten Jahren geleistet in Form von Qualität für die Kunden, die wir haben. Und für die ist es auch gar kein Thema, das zu nutzen. Die kennen uns ja aus den letzten Jahren. Und interessanterweise entsteht da so eine Grundenergie, die sehr positiv ist. Und das ist wie so ein Magnet für Weiterdekommen. Ja, ich meine, wenn jetzt 15.000 bis 20.000 Leute anfangen, diese Plattform richtig zu nutzen, Projekte zu integrieren, zu vernetzen, einen Marktplatz aufzubauen, wo man zum Beispiel günstige oder hochwertige Lebensmittel kaufen kann und dann den Direkthandel auf, dann ist da ja eine Dynamik dahinter, die extremst werden kann. Und wir merken das und ich bin ja auch so ein Zahlenmensch. Ich kann mir Dinge gut vorstellen und für mich war das Ziel bis Ende 2023 eine Million Menschen zu vernetzen. Und da war mir klar, wir müssen mit 15.000 anfangen und ein Wachstum von 40 Prozent. Und viele können sich das jetzt nicht vorstellen, 40 Prozent ist relativ einfach, wenn 100 Menschen in einem Monat 40 neue bringen. Ja, und das ist gar nicht so viel, weil wenn das gut ist, ein gutes Angebot, es gibt tolle Dinge, dann ist das sogar relativ wenig und du kriegst dann einen Punkt, wo eine Dynamik reinkommt, die proportional ist. Und dann hast du genau eine Million und glaube ich 100.000 nach diesem Zeitraum bis Ende 2023. Also es ist nichts weltfremdes oder abgehoben, sondern es ist etwas, wo man relativ schnell hinkommen kann. Und eine Million Menschen heißt, eine Million Menschen, die verstehen, dass die Macht beim Verbraucher liegt, nicht bei den Unternehmen. Das ist eine Möglichkeit, eine sehr große Auswirkung auf die Gesellschaft zu haben. Ja, das ist einfach, der Stein ist ins Rollen gebracht worden, finde ich super. Und ich glaube auch, dass das eine riesen Nachfrage sein wird, sich da damit zu beschäftigen, insbesondere natürlich, wenn wir in den Marktplatz reingehen, das interessiert mich dann am meisten. Also da sehe ich jetzt gerade ein Riesenpotenzial. Aber auch in der Kommunikation, also wenn jemand eine Idee hat, ein konkretes Beispiel, irgendwie eine Projektidee, dann platziert er diese und kann unter Umständen Leute haben, die dieses Projekt mittragen wollen, nicht nur finanziell, sondern auch mit Manpower, mit Leistung, damit dieses gute Projekt im Sinne unserer zeitgemäßen Zeitgeistes hier wachsen kann und entsprechend innerhalb der Community auch gleich die Verbraucher hätte. Genau. Und das ist das Genere. Und da, ich bin da so ein Stratege und ich habe lieber eine längere Vorbereitungszeit, mache das ordentlich und dann haben wir alles da und es geht dann nach außen. Es sind enorm viele Kooperationen entstanden und eins ist, das weiß ich aus dem Bereich Projektmanagement, dass die meisten Projekte, die scheitern, egal wie groß ein Unternehmen ist, wie viel Ressourcen, wie viel Geld da ist, nicht an den Ressourcen und Geld oder solchen Sachen scheitern, sondern an fehlender oder mangelnder Kommunikation. Ja, Marketing. Das kostet Schwein, nicht Geld, Marketing. Oder zum Beispiel Kontroversen oder es ist nicht klar, wo das hingehen soll und dann scheitern Projekte. Das ist hochinteressant zu beobachten. Da gibt es ganz klare Studien drüber. Und wenn man das mal hinbekommt, wenn man eine gute Kommunikation hat, ist das schon mal die, sagen wir mal, das ist der entscheidende Punkt. Und wir haben eins, jetzt Pangera vor Ort ist das ja dann, da entsteht in jeder Region, das kann jede Region machen, zum Beispiel ein eigener Radiosender, zum Beispiel mit einer UKW-Frequenz. Also das heißt, den kann jeder empfangen, der ein Radio hat. Das machen wir mit Radio Sol zusammen. Das werden wir in Kempten das erste Mal machen. Und dazu haben wir in Kempten jetzt das Allgäu-Blatt. Das gibt es seit zehn Jahren. Das wird parallel dazu in den Haushalten verteilt. Dann haben wir den Online-Bereich, wo die Menschen sich informieren können und die treffen vor Ort. Und jetzt haben wir etwas, wo ein Informationsfluss, der in den Händen der Menschen liegt. Und das heißt, die können das nach außen tragen. Das ist ein 24-Stunden-Programm mit Musik, mit tollen Beiträgen. Das heißt, da können die Menschen, die Projekte haben, das übers Radio vorstellen. Die finden es auf der Online-Plattform. Es gibt Dokumentationen darüber. Man trifft sich vor Ort und da kommt auch die Finanzierung her. Und da kommen die Menschen her, die sagen können, darauf habe ich gewartet. Also das ist das, was wir gemacht haben, dieses Durchdachte, das wirklich Hand und Fuß hat. Ich hänge noch an einem Thema, weil ich das so wichtig finde. Da gibt es die schönsten und die besten Produkte auf der Welt. Und wenn das niemand weiß, dass es die gibt, kann es auch nie gekauft werden. Und dann wirst du auch Geld investieren, dann machst du mal eine Zeitungsannonce da für 10.000 Euro, eine A4-Seite. kein Mensch liest das. Puff, weg ist es, oder? Marketing ist halt schon schwierig. Aber genau über solche Plattformen wird es eben dann wieder absolut finanzierbar. Das, und es kommt noch was dazu. Und das ist aus meiner Sicht der allerwichtigste Punkt. Es ist gar nicht das Marketing. Also ich hatte ein sehr interessantes Gespräch vor einer Zeit mit jemandem, der sehr spirituell ist. Und der hat mir einen Impuls gegeben. Und er sagt, Marketing musst du dann machen, wenn das Energiefeld nicht wirklich stimmt. Und das ergibt absolut Sinn. Das heißt, wenn das energetisch passt, da ist ein Spirit dahinter. Und wenn die Menschen sich vor Ort kennen, das Vertrauen noch dazu kommt. Und du gibst dort eine Idee hinein, dann wird die angenommen, weil das Vertrauen da ist. Und dann ist das quasi ein viel einfacherer Weg, ein Produkt bekannt zu machen. Also du sparst enorme Kosten für jemanden, der sich in so ein Projekt einklingt, weil er genau das vor Ort hat, die persönlichen Bekanntheitsgrade, das ist ein lokaler Verbreitungsgrad, das geht natürlich über die anderen Regionen später hinaus, wenn man weiss, das ist ein Teil von Pangera, da sind die guten Dinge. Das heißt, du hast eine ganz andere Basis. Wir können tatsächlich in anderen Strom wieder aufbauen vom Vertrieb von Produkten her. Du hast vorhin immer wieder von Kempten gesprochen. Kempten. Kempten, das ist Deutschland, Allgäu. Ist das ein rein deutsches Projekt oder ist das die Österreicher, Schweizer, Lichtenstein alle auch integriert? Die waren ja alle schon da und die haben ja schon gefragt. Aber wir haben das Pilotprojekt deswegen gemacht. Es entsteht dort wirklich ein Leitfaden. Eigentlich kann man sagen, das ist wie so Franchise. Aber Franchise ist ja alles genau vorgegeben, wie man es am besten aufbaut. Dann funktioniert es auch. Franchise-Projekte sind, die am besten funktionieren. Und da sind wir gerade die Vorlage ärmer, dass wir später quasi aus dem Computerreich Copy and Paste in andere Bereiche bringen können. Und die nächsten Bereiche, die baue ich auch persönlich mit auf noch. Dann bin ich drin. Das wird unter anderem in der Schweiz, das wird in Österreich im Vorarlberg sein, weil das noch hier im Moment für mich dann gut erreichbar ist. Und dann kommen schon die nächsten überregionalen Projekte dazu. Das ist mega. Ein Riesenmarkt und ein Riesennetzwerk. Und das ist genau das, was die Zeit uns eigentlich zeigt. Das Vernetzen untereinander statt eben Abhängigkeiten zu anderen machen. Das ist direkt. Ich bin gespannt auf unsere nächsten Themen, wenn wir da wirklich auch in den Marktplatz reingehen. Und, und, und. Und wie heißt die Plattform nochmal, hast du gesagt? Das ist pangea.net. Da wird man es auch finden. Ah, pangea.net. Ja. Ja, gut. Passt. Gittet sich an. Für den Network, ja. Und so heißt das, ja. Also kann jeder jetzt, der Zuschauer, auch mal reinsteigen und jetzt schon mal ein bisschen rumschnuppen und sehen, boah, könnte in aller Fall sehr seine Interessen haben. Genau. Und da ist so, da gibt es dann auch ein Webinar. Das heißt, die Präsentation, die Idee, dass man die mal versteht. Das kann man sich anschauen. Man kann dann sich einloggen, kann den Community-Bereich schon mal ausprobieren. Also das kann man alles machen. Und für die Leute, die jetzt einfach bei der ersten Sendung jetzt noch hängen und die zweite noch nicht gesehen haben, die wir noch machen werden. Also ich könnte allerfalls auch über diese Plattform schauen, dass ich direkt meine Lebensmittel direkt beziehe und nicht irgendwie über den Großhandel, sondern gibt es in dieser Plattform Marktplatz auch schon so Direkthandel? Das ist noch nicht gut. Das heißt, wir haben das schon entwickelt. Die Plattform ist da. Wir führen gerade sehr viele Kooperationsgespräche, auch mit Anbietern, die schon groß sind, die gute Produkte haben, natürlich um auch dort entsprechend schon ein gutes Angebot zu haben. Und wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen auch wirklich und prüfen Produkte. Also wir prüfen den Hersteller. Wir schauen, gibt es da keine Kinderarbeit? Wo wird das hergestellt? Ist das wirklich biologisch? Das ist alles ein enormer Aufwand. Und am Anfang dauert das dann eben alles lange. Aber ich glaube, dass das im Nachhinein genau den Unterschied machen wird, dieses gute Gefühl dabei zu haben und auch Menschen eine Chance zu geben, die wirklich vielleicht Marketing nicht können. Klar. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, wo ich so herzlich gefunden habe und ich glaube, mit der möchte ich dann auch abschliessen, weil für mich ist das eigentlich dann auch Trangera. Da war kürzlich ein Fall, dass ein Bauer in Bern zu kleine Zwetschgen hatte. Und der Großhandel in der Schweiz, ohne Namen zu nennen, hat gesagt, diese Zwetschgen können wir nicht nehmen, sie sind zu klein. Und dann hat er das nur im regionalen Amtsblatt irgendwie gebracht und dann ging das Volk zum Bauern und hat mir eben alles abgekauft. Und da ging mir das Herz auf. Genau. Und dieser Bauer überlegt sich, ob er jemals seine Zwetschgen wieder in den Großhandel bringt oder inskünftig immer direkt verkauft. Es ist genau das, weil man kann der Natur ja schlecht vorgeben, wie groß sie ihre Zwetschgen machen muss. Sondern die sind ja, wie sie sind. Und das ist doch eine Frechheit. Ja, genau. Einfach zu sagen, sorry, deine Zwetschgen nehme ich nicht. Und das ist genau die Macht des Verbrauchers. Und das ist verloren gegangen. Und wenn das wieder zurückkommt, dann werden das Unternehmen spüren. Und das ist das, was man wieder braucht. Man braucht freie Landwirte, aber da kann man vielleicht in einer anderen Seite nur noch drüber reden, weil das hat so große Auswirkungen dann. Das wird alleine daher ganz viel bei den Menschen ändern. Das ist Freiheit. Großer Pionier bist du da. Herzlichen Dank, lieber Andreas Bernknecht war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wieder mal so richtig was Innovatives, Großartiges, was jetzt da gerade in der Geburtsstunde ist. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich da einfach mal einzulocken und zu schauen, ob Sie da auch eine Begeisterung entdecken können in dem einen oder anderen Bereich. Oder sogar irgendwo das fördern wollen, das ein oder andere Projekt. Oder sogar selbst etwas haben, was Sie eigentlich über diese Plattform letztendlich in die Verbreitung bringen wollen, innerhalb der Direktkommunikation. Meiner Erachtens einfach, die Zukunft steckt hier in einer solchen Plattform. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Mitternacht.